Hallo, meine Lieben. Ja, ich mache weiter mit meinen Manga-Sammlungen natürlich. Ja, fast alle Manga-Sammlungen. Ich habe nur ein paar Mangas, die ich zu viele hier wirklich kann. Also, ähm, den Band, keine Ahnung, wie die Band das ist, das stimmt. Hier oben. Dann habe ich sie noch an der Lavendelgarten, das ist natürlich nicht vom Manga, aber ich wollte sie euch trotzdem mal gleich zeigen. Und dann habe ich noch den Sack gekauft. Ja, ich habe ja noch mehr Sack gekauft, Bücher, aber ich finde sie leider nicht. Ja, gut, das war es auch wieder und wir sehen uns im nächsten Mal. Ja. 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 Ja.